Ich habe die Hälfte verpasst aber Ich hab die Hälfte verpasst aber Ich gibt's das? Genau in dem Moment geht nicht tatsächlich die Tür von dem scheiß Haus auf und mir steht jemand direkt vorm Gesicht wir hätten hier ein vibrator an ach so ist der mess wir haben hier einen vibrator an der geile chickenburger muss ich halt mal einspeichern und runterladen und dann irgendwo in eine safe cloud laden damit es auch nie verloren geht ich glaube von mir hatten wir auch noch irgendwas bescheuertes ah ja genau da war ich mit dem zonsteel haben wir ein bisschen mortal gespielt und sind dann in die sures gegangen und wir waren beide so zu ich habe es kaum noch fertig gebracht überhaupt irgendwie manditen zu killen weil ich so besoffen war und der zonsteel glaube ich auch ich hab da irgendwann nur so geleilt dass der zonsteel nichts mehr verstanden hat da hab ich dann nur gesagt so ja zonsteel irgendwas halt dann lauf ich halt voll rein einfach doch als sonst die welt hinterher so ein 1 fest nach dem ursohn ey und ohne witz ich bin so gemein dass hab ich mit meinem foodfighter das haus von dem 1 spaß die besetzende reinet immer weg mit seinem mount ums mount wieder aufzuhalten und kopf hat mich vielleicht krieg ich dann doch noch das nächste pvp-video zusammen in der hoffnung dass er jetzt nach backup ruft und gleich hier ganz judea auf der matte steht oder so wie die volksfront von judea ja ja nehmen wir bitte den unterschied aber wir sind doch die judeische volksfront was ist denn aus der populären front geworden ach die sitzt da drüben ich hab wieder bock auf einen horrorfilm irgendwie hat er mich für ganze 13 taten getroffen weil ich so gut hab jetzt bock auf einen horrorfilm ich hab so weit den spiegel ja ich hab dann auch gewartet eigentlich hätte ich jetzt erwartet dass der tod die sache guck mal in deine hose ja ich wollte im video so meine haufer zeigen okay das toppt alles okay das toppt alles was was du bist du bist du bist oh die frauen sagen ja auch vor dem akt sag mir dann spitzle auch altruhe will darüber mehr frau als zu tun Prozent um die Uhr ist aus dem Ort irgendwo mit der Kumpel Echt? Wie lange hast du dich nicht mehr gesehen? Ich weiß nicht ob der Veterinary Skill auf Level 2 hat oder so aber irgendwie, er war jetzt gefühlt zwei Minuten weg von Mount Himes und gerade bin ich ihm entgegengelossen und sein Mount Himes wege ich noch auf Half-Life also ich hab keine Ahnung Half-Life 3 Es kommt nicht später Oh, es kommt Sag niemals nee, du kennst Duke Nukem veräubern Duke Nukem, and the shit goes on And on, and on, and on, and on And on, and on, and on Ey, du scheiß war unter, kreistet schon die ganze Zeit um mich aus Nome auf der Steppe und noch kein einziger Hitter hat getroffen, weißt Soll ich trainierte Bogen hoch? Vielleicht macht er Party hart? Nämt sich halt nicht, wenn er mich trifft Er macht Party hart Und jetzt nochmals Mount getroffen, also bald stehbt er noch mit seinem Mount bei Jetzt reibt sich sogar Hätte ich jetzt einen Bogen dabei, yeah Mach ich jetzt frei, yeah Das ist der Ich-Schlag-den-Rias-zu-Brei-Song Gibt's nur noch einer Leib, yeah Yeah